Sie nennt Paris Hilton als ihr größtes Vorbild, hat ebenfalls einen schwerreichen Daddy und beweist auch selbst ein gutes Händchen fürs Geschäft. Klar, dass die Parade-Blondine wie ihr amerikanisches Idol zuvor auch einen Abstecher nach Ischgl unternehmen musste. Paris Hilton war schon immer ein Vorbild für mich. Es war für mich eine große Ehre, als Playboy getitelt hat, die deutsche Antwort auf Paris Hilton, weil ich finde Paris Hilton einfach toll. Sie ist Multimillionärin, sie ist das berühmteste It-Girl der Welt und sie ist wunderschön. Und das ist für mich einfach ein Kompliment, wenn man sagt, die deutsche Paris Hilton. Nina Christine ist Schauspielerin Playmate und führt nebenbei noch ihre eigene Entertainment Company. In Ischgl rührte das Multitalent aber die Werbetrommel für ihr neuestes Musikprojekt und gab in der Tofana Arena auch gleich ihre neueste Single zum Besten. Ich performe heute zum ersten Mal meine neue Single Rush und die wird nächste Woche in Spanien veröffentlicht. Ich fliege auch nächste Woche schon nach Madrid und da fängt meine Tour an. Und ich bin natürlich sehr stolz, dass ich heute in Ischgl das erste Mal diesen tollen Song performen darf. Bekanntheit erlangte die junge Düsseldorferin vor allem durch Rollen in diversen deutschen Vorabendserien. Sowie in mehreren Werbespots und Reality-Formaten. Ich wusste schon immer, dass ich Künstlerin sein möchte und mein Traum war es natürlich Musical-Derstellerin zu werden. Ich wollte immer auf die Bühne und dann natürlich auch zum Film. Und das war natürlich ein großes Glück, dass ich an der Lee Strasberg aufgenommen wurde, weil es ist die beste Schauspielschule der Welt. Ich habe auch zwei ganz große, tolle Filme gedreht und ich freue mich, dass ich jetzt auf der Bühne performen kann. Mit ihrer Musik war sie bislang hauptsächlich in Spanien erfolgreich. Mit ihrer neuen Single will Nina aber auch im deutschsprachigen Raum mächtig durchstarten. Mit ihrer neuen Musik 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 Musik